Hallo, da sind wir wieder. Buongiorno. Das war eine gute Anmoderation, oder? Reicht. Schon, ne? Ja, wir haben gerade das Kartenchaos beendet, wo ihr vielleicht das Video schon von gesehen habt. Jetzt sind wir plötzlich... Uh, es ist nächste Woche, wir sind beim Pack-Opening. Hallo. Gehen wir direkt rein. Wir öffnen zehn Pakete, ne? Das sind zehn Stück. Kobolde und Katakomben sind raus. Wir haben davon Kartenpakete. Bubble hat richtig fett investiert. Ja. Und hat sie nochmal Pakete gekauft. Ja, ich musste ja. Ich wollte ja auch zehn haben. Nehme ich überhaupt auf? Warte mal. Ja. Gott sei Dank. Und Hearthstone lebt sich schon wieder dumm und dämlich hier. Und jetzt Programm reagiert nicht. Das kenne ich. Hatte ich häufig. Ja, das habe ich jetzt aber erst bei dem Update so häufig. Also, während Hearthstone versucht hier irgendwie... ...was auf die Reihe zu bekommen. Sag ich nochmal, wir öffnen zehn Pakete, wir schreiben mit. Alter, was ist das hier? Tod den Lebenden 20... Hä? Ich habe eine Riesenwalze, die hier abgespielt wird. Was für eine Walze? Oh Mann. Ich weiß es nicht. Vielleicht gehe ich gerade automatisch in irgendein Spiel. Aber es hängt. Was ist hier los? Ich werde gehackt live. Hilfe. Guck mal, jetzt hast du richtig geilen Titel. Richtig Clickbait. Loy, was für eine Walze? What the fuck? Ja, das ist aber diese... Weißt du, diese... Oh, epischer Gegner oder was weiß ich, was da immer kommt. Task Manager. Ich höre das die ganze Zeit... Groß, doch nicht so groß. Task beenden. Ich gehe da mal eben raus. Das ist ja hier. Gruselig. Was denn für ein Clickbait? Was schreibe ich denn da rein? Oh Gott, ich werde gehackt. Ja, hier. Live gehackt oder sowas. Geil, dann mache ich das. Live gehackt. Wenn ihr euch über den Titel wundert. Der entstand gerade aus der eben geschehenen Szene. Babel hat gesagt, ich soll das nehmen, damit ich viele Klicks bekomme. Ich gucke mal, ob es funktioniert. Das funktioniert safe. Wenn du nur noch ein richtig geiles Thumblay machst. So mit so einem Hacker drauf oder so. Weißt du? Das sind die Klicks. Das werde ich machen. Das muss ich mir direkt mitschreiben. So. Hacker. Im. Livestream. Gehackt. Vielleicht kann ich da noch hack. Ein Bild von Hackepeter drauf machen. Das ist schon wieder doof, ne? So eine Anonymous-Maske oder was weiß ich. Die Verbindung zu ihrem letzten Spiel wurde wieder hergestellt. Spiel wird fortgeführt. Ich würde gerne mal wissen, was ich überhaupt gespielt habe. Du hast Kartenöffnung gespielt. So ein neuer Spielmodus ist mit dem Update gekommen. Schaut auf die Legion, die ich befehle. Hä? Ich spiele gerade live gegen Yard. Im Kartenchaos. Moment, was? Ich bin im Kartenchaos drin. Aber ich gebe auf. Ich mache das direkt hier weg. Wir haben ja auch hier gerade eine Aufnahme laufen. Das geht auch so nicht. Yard, sorry. Aber hier. Ich schenke dir quasi ein Kartenpaket. Wenn ich jetzt rausgehe, kriegst du das bestimmt. Ich habe immer noch kein Kartenpaket. Dein Deck war mir einfach zu stark. Gut gespielt. Ja, du auch. Danke. So, jetzt aber. Nächste Woche kommst du da raus, ne? Ja. Ich gehe aber erst kurz vor Weihnachten rein. Ich weiß gar nicht, wann ich gehe. Aber ich gehe auf jeden Fall auf diesen Monat machen. So. Achso, ich wollte hier Packung öffnen. Da bin ich hin. Jetzt können wir loslegen. Ich glaube, das funktioniert jetzt. Ich gucke mal. Ich drücke einfach nicht mehr so wild hin und her, wenn der hier lädt. Ich bin da. Also, ich werde auf jeden Fall fünf von den neuen aufmachen, die ich habe. Dein Stream legt gerade ein bisschen bei mir. Das kann gar nicht sein. Das liegt an dir. Ja, ja, klar. Das ist schon meine Bambus. Ja, jetzt. Aber die goldene Packung sieht aber schon ganz geil aus. Ja, aber ich will hier jetzt auch nicht hin und her klicken. Nachher mache ich die aus Versehen auf. Dann öffne ich doch einfach zuerst. Die öffne ich gar nicht. Wie? So geht das aber nicht. Die kommt hier, wenn ich 50 Follower habe oder so. Ja, vorher gibt es hier nichts. Ja, okay. Das ist mein Follower-Ziel. So lange bleibt die goldene da liegen. Ja, wir können loslegen. Ich weiß nur nicht, womit. Du kannst das ja als Spenden-Ziel machen. Ich habe das als Follower-Goal. Die Pöller-Tour irgendwo? Ja, über meinem Kopf. Da war letztens noch das mit dem Logitech, oder? Ja, die habe ich mir einfach so gekauft jetzt mittlerweile. Die habe ich hier rumgemacht. Das habe ich beendet. Okay. Ja, gut. Ja, komm, wir machen jetzt hier auf. Ich fange aber mit Alte Götter an. Oder? Nee, Alte Götter lasse ich. Ich mache Klasse. Ich mache 5 Rosenzonen auf. Ja, gut, mach das. Paket 1. Paket 1. Ja. 2 seltene, ein epischen. Läuft. Das fängt aber direkt schon gut an, ja. Oh, ich habe eine seltene und eine goldene, aber beides 1. Golden, CA, Bronbus. Die sieht aber gut aus. Druide. So, machen wir direkt weiter, ja, ne? Joa, 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 joa. Paket Nummer 2. Juhu. Wow. Das war enttäuschend. Eine seltene. Ja, habe ich auch. Eine seltene. Eine seltene. Leichenspinne. Und weiter geht's. Weiter geht's. Auch nur eine seltene. Hier muss aber auch langsam mal was Episches kommen. Oder was Legendäres. Jetzt mache ich Frostthron. Jetzt mache ich Frostthron. Packung Nummer 4. Wir donnern die einfach mal durch hier. Noch eine epische. Oh, seltene und goldene und seltene. Ich habe schon zwei goldene gezogen in den fünf Paketen. In den vier Paketen. Schon nicht schlecht, ne? So, jetzt bin ich bei Kobold. Ne, ich glaube, ich muss noch eins. Wir haben erst vier Pakete aufgemacht, ne? Mhm. Ja. Dann mache ich noch einen Frosen hier. Da. Wow. Was eine krasse Animation. Episch. Nur eine seltene. Noch eine epische. Und eine seltene. Oh, da waren zwei epische und eine seltene im Paket. Jetzt komme ich auch zu Kobolde und Katakomben. Okay, das ist komisch. Pass auf. Die Karte heißt, erhaltet fünf Rüstungen. Erhaltet auf eurer Hand einen Bonus-Effekt. Was ist jetzt ein Bonus-Effekt? Das merkst du beim ersten Mal spielen. Okay. Vielleicht ist das so random, dass es da drei, vier Bonus-Effekte gibt und einen davon kriegst du dann. Das ist 14 von den Frost-Drohnen. Alter, wie viele Pakete hast du? Ja, das waren die ganzen Arenenrunden, die ich zwischendurch mal gezockt habe. Wie lange hast du kein Paket mehr geöffnet? Schon lange. Doch, ich habe meine ganzen Karten-Chaos-Dinger, die habe ich mittlerweile durchgeöffnet. Da habe ich so fünf, sechs Mal aufgemacht. Sonst wäre ich jetzt weit über 30. So, jetzt. Paket Nummer sechs. Ich fange jetzt auch an mit Kobolde und Katakomben. Es hakt schon wieder so komisch. Hey, noch mal ein bisschen. Wofu. Jetzt kommt bestimmt Leggy. Direkt Leggy, komm. Direkt Leggy. Nein, nur selten. Aber die muss ich mir jetzt auch mal angucken hier. Die kenne ich ja alle noch nicht. Den hatte ich vorhin schon mal gespawnt aus Versehen. Den kleinen Kobold-Bibliothekar-Geheimnis. Ey, zuck die bei mir auch schon vor der Tür. Ja, das sind die ganzen Fans hier von uns auch. Die wissen, wo wir wohnen. Pack Nummer sieben. Die wollen live dabei sein. Oh, ich glaube, das war eine Animation für einen Leggy. Nee, natürlich nicht. Die sind seltener wieder. Es gibt jetzt echt viele Karten mit so rekrutiert, ne? Ja. Also, dass die einfach aus deinem Deck dann rausgezogen werden. Hat natürlich auch so ein bisschen was dann von Glückssachen, ne? Ja, außer du... Ich habe jetzt hier zum Beispiel den... Der kostet acht. Das ist der Bärbeißiger Wächter. Der hat Spott und Todesröcheln. Rekrutiert zwei Diener, die maximal vier kosten. Bei Todesröcheln lohnt sich dann, finde ich. Und dann hast du hier auf dem Völfen, da hast du halt auch immer einen Töbus. Da könnte der jetzt nicht ja immer noch kommen. Machen wir weiter machen. Okay, die letzten drei. Leggy! Dann warte ich mit meinen nochmal kurz. Sag, welchen du hast. Den, den du vorhin ausgespielt hast. Ja, echt? Der rekrutiert drei Diener mit eins, mit ein, mit zwei und einem. Der ist nice. Ich finde das Artwork richtig gut bei dem. Und noch eine Ebische mit drin. Jetzt muss ich mal kurz bei meinen Restlichen hier gucken. Dann haben wir das selten. Leggy. Ich glaube, nur eine seltene. Ebische. Oh, es gibt hier so ein Gegenpart... Was ist denn das hier? Bissige Truhe. Setzt den Angriff dieses Dieners zu Beginn eures Zuges auf vier. Das ist so ein bisschen wie dieser 05er, ne? So, mein Leggy ist jetzt weg. Also ich kriege jetzt lange wieder keinen Leggy. Ja, doch. Es kann aber trotzdem sein. Du bist... Es ist ja nur garantiert, dass du länger... Also, dass du in den ersten 10 irgendwie einen bekommst. Und danach kann es aber trotzdem öfter vorkommen. Das heißt, du kriegst auch noch einen, ne? Ja, aber ich habe ja noch keine 10 davon, ne? Kann ja auch in der letzten sein. Ach so. Ich dachte, 10 Packs generell, wenn man die öffnet. Ne. Immer von einer Art. Ah, okay. So, ich mache gerade die Nummer... 9 auf. Na, selten noch. Vielleicht keinen Platz mehr für sie. Auch ganz klein für den Krieger. Er kann nur angreifen, wenn ihr mindestens 5 Rüstung habt. Hat 5, 9. Und kostet 6 Mana. Ich habe ein Kampfschrei-Paket gezogen. Hier sind 5 Karten, alle mit Kampfschrei. Und zweimal der gleiche dabei. Der schmuddelige Kobold. Der schmuddelige Kobold. Ja, der kostet 3, hat 1,1. Und der Kampfschrei ist, ruft eine riesige Ratte mit 2,3 herbei. War die riesige... Ne, das war nicht die riesige Ratte, oder? Die die einen, äh... Die einen Diener aus meinem, äh... Aus meiner Hand fördert. War auch irgendeiner Ratte. Na egal. War die, glaube ich. Die letzte... Äh... BAM! Oh, 6. Uh, 4, 12. Ein Gott. Selten und episch nochmal im Letzten. Lehrenreißer. Vertauscht Angriff und Leben aller anderen Diener. Ich habe auch die Karte jetzt bekommen hiermit. Erhaltet 5 Rüstung. Erhält auf eurer Hand einen Bonus-Effekt. Erhält auf eurer Hand. Ach so, wenn du die Karte noch auf der Hand hast und gar nicht ausgespielt hast. Kriegt die Karte einen Bonus-Effekt. Ah, also nicht direkt ausspielen. Okay. Ja. Wie viel Stau hast du? Ich hatte 3000 Quetsch. Ja, jetzt nur hier durch, ne? Ja, ich habe vorher genullt. Ich kann jetzt gucken, wie viel ich jetzt neu dazubekomme. Herstellen. 10. 10 Staub doppelt. Quasi. Wow. 85. Und ich dachte schon, ich habe weniger. Ich habe jetzt über 1000. Cool. Ich habe jetzt 3165. So, ich spiele eben noch eine Runde Gartenkaos nebenbei. Du kannst schon mal vielleicht eine Art Moderation machen. Ne, wir müssen erstmal unsere Statistik nochmal vorlösen, ne? Ja, ja. Kannst du auch. Ja. Wie viel seltener hattest du? Moment. Zwei. Ich hatte 11. Ich hatte auch 11. Ah, du lügst doch. Wie viel epische hattest du? Drei. Ich auch. Leggy hattest du? Ein. Oh, echt? Cool. Ja. Ich hatte keinen. Ja, dafür hattest du zwei goldene. Gold hatte ich zwei. Mhm. Und ich mag so gerne goldene Karten, ne? Ja, wenn du dann mal eigentlich ein Pick-up hast. Ich entzauber die alle nicht. Also ich behalte alles, was Gold ist, behalte ich. Warum? Egal, wie scheiße die Karte ist. Auch wenn du die nicht spielen kannst und wenn die schon lange wild ist und keiner die spielt und weiß nicht, Müllhaus, Mana Sturm oder sowas, alles behalte ich. Hauptsache Gold. Hauptsache Gold. Das Tolle ist, nachher im Kartenkaos hast du die dann ja auch im Gold. und sowas, ne? Und in der Arena, wenn du die in Gold hast. Aber manchmal brauchst du keine goldene. Ja, da denkst du dir dann so, normal reicht die mir auch. Ja, nö. Denke ich nicht. Nö. Olli nicht. So, wir sind durch. Wenn der Bubble irgendwann nach dreieinhalb Jahren mal wieder Kartenpakete genug zusammen hat, dann machen wir ein neues Pack-Opening. Ich habe bis dahin wahrscheinlich 200, wenn er 10 zusammen hat. Aber nur, weil ich so oft Arena spiele. Erfolglos, aber ich spiele sie. Ja. Ja. Geil. Das war's. Ihr könnt euch überraschen lassen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen zum Kartenchaos. Kommt ja regelmäßig jetzt immer. Total regelmäßig. Du hast übrigens was vergessen. Was habe ich? Du hast vergessen, mit E-Beams zu moderieren. E-Beams. Jetzt bin ich's nicht mehr. Wir sind raus. Nee, jetzt bist du's nicht mehr. Babbel, ich drücke jetzt auf den Stopp-Knopf. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.